So, da sind wir wieder nach meinem spektakulären Sprung in... Nach meinem spektakulären Sprung. Bauchklatscher. Ich bin schweinedreckig. Ach, nehm ich mal schon mal auf. Ja, komm, ich mach mal eine Nahaufnahme hier. Warte, der muss sich erst ein bisschen mitdrehen hier. Super Sache, ne? Ja, damit ihr seht, ich gebe alles für euch. Ich gebe wirklich alles für euch. Leider ist er aufgestanden, sonst hätte ich noch ein Foto gemacht. Leider ist er aufgestanden, ja super. Also irgendwas... Also das gehört eigentlich zu den Regeln. So schnell wie möglich wieder auf die Beine. Sonst gibt's Schande. Ich werde noch ein Foto von dir machen. Ja, ja, ja. Da bist du ja dabei. Das stimmt. Katja, Katja. Ich hab's aber auch nie einfach mit dir. Ja. Ich hab noch die spitzen Arten für dich. Was ist denn? Dirty Tom. Dirty Tom. Eher so Flying Tom oder so. Irgendwie so ein Kegelumpefall nach vorne. Ja, hallo. Irgendeiner hat mir an meinem Fuß festgehalten. Was meinst du denn, wo was mit dir passiert? Warte, lach ruhig. Lach ruhig. Also irgendwann... Ja, krieg mal... Karma. Ich sag nur Karma. Karma. Ne? Denk nur. Und dann hast du wahrscheinlich wieder Knieschmerzen und... Was weiß ich nicht was. Du hast Angst, du hast Angst, dass ich dich dann aufnehme oder was? Nein. Nein? Nein, ich hab nur Angst, dass ich mir ein Bein stelle. Das traust du mir zu? Oh Gott. Eigentlich nicht. Oh Mann. Bein stelle. Alter, alter. Oh Gott. Wie bitte. Das traust du. Ja, weiß ich auch nicht. Und gerade heute habe ich keine zweiten Paar Schuhe dabei, Mensch. Keine Ahnung, weil ich ja nicht zu meiner Mutter fahre danach. Oh, wir müssen das aufnehmen, Achtung. Guck mal. Das ist kein schöner Weg, Achim, hier. Ja, aber das ist der Weg, der da hinführt. Mensch, Mensch, Mensch. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ach, hier, bei dem anderen Steinbruch, wo hier dieser, wie heißt denn das, dieser grüne Baggersee, am Canyon, der, wie ich, Alter. Der war auch Matschee, der war ja wohl Matschee. Dass das so Gold gegen mich. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ich glaube, das war bis jetzt der Schlimmste Weg da. Mann, das war auch. Mann, das war ja auch. O bei ihr auf printers grabbing. Und das ist dieancialinhah. Mann! Mann! Mann, das wache. Mann. W 말씀드� Tomb dag little into die Realität. Stimmt. Was hast du? Betta. Betta. Für unsere englischen Freunde. Betta, Betta. Betta. Wir haben nur einen. Der spricht zwar englisch, der kommt aber aus Holland. Der kommt aber aus Holland. Dann gehen wir aber außen rum. Ness heißt der. Chinese. Ist ein Banker. Ja. Denkender Banker. Ist das der Teich? Ja. Da hinten sind zwei Teiche. Zwei ganze Teiche. Na denn. Ja und fahr mal rüber. Über die Brücke. Ich nehm die auch. Ja. Dann ist der Hauptanbietter. Bin, Bydner reckenden. Ja. Na denn. Ja, ich habe mit примерно 4 Minuten. Ohne gang. Ja. Ja, wir werden. Ja, wirouchern. Na dann. estratég. Image. Ja. Was sagst du? Die Tiere auch, das ist so. Schau mal, ein kleines Highlight. Was steht da drauf? Geh mal mit. Ach Gott, Jan. Ja. Ein Herd ist das, ne? Sieht aus wie ein Herd. Hier ist eine Eiche. Wo ist ein Schild? Schild, Eiche. Da oben. Okay, komm, dann bin ich jetzt auch noch mal dran hier. 1907 bis 1910. Dann baden wir heute mal nicht, Achim. Würde ich sagen. Meine Klamotten könnte ich waschen, ja. Hier war aber kein Waschmittel dabei. Ich war ja auch bereit. Dann bin ich da drauf. Mach auch kein Foto. Das soll ich dir glauben. Wir müssen unseren Zuschauern ja auch ein bisschen was bieten. Das ist ja so. Guck mal her, hast du eine schöne, eine schöne kleine Bank hier. Alter, da... Ja, ja, die eine Seite, ne? Ja. Also diese scheiß Matsche hier. Genau, lass uns hier mal hoch. Das sieht aus, als wäre da schon ein anderer auch schon hochgekrabbelt wär. Ja. Gut, hier haben glaube ich welche gebuddelt. Ein paar kleine Schweinchen. Ein paar kleine Schweinchen. Ja. Das ist ja so hochgekrabbelt. Gut, hier haben wir jetzt die Scheiß. Ja. Wilson. Da haben wir hier. Danke. Nülla. Wir werden jetzt wieder da, dir nochmal geht. Es ist eine große Angst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 alles gut alles gut genau dann bin ich schon glücklich ich laufe gerne so lieber so als durch über straßen oder durch matsch ich finde das so richtig schön angenehm ist so richtig weich der boden ist weich schön es gibt ja welche sowieso die dreiecke hätte ich beinahe gesagt diese so und dann löcher machen kann aber ich glaube der boden der so weich die drücken das ding wahrscheinlich einfach nur im boden haben die so dickes profil er kommt er wahrscheinlich durch nicht 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 ja die habe ich aber nicht ja dann ist deine freunde die vögel die auch um zwei uhr aufstehen morgens oder um drei uhr weiter geht es weiter geht es wir müssen darüber oder was nicht ja super hier da ganz links ist noch einer haben da haben sie toll gemacht ne mann mann hier 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 Warum kommen wir vom Weg ab? Hätten wir doch den rechten nehmen müssen? Okay. Ja gut, da haben wir ja noch Möglichkeiten uns links zu halten. Gucken wir mal, was die hier alles weggeschnetzelt haben. Gut, was die hier alles weggeschnetzelt haben. ja guckt euch an die vernichter kommen mir vor wie so einen brasilianischen regenwald raubrodung du hältst dich jetzt aber recht das ist unsere chance, warum kann ich so gut im wald laufen nix ich habe mit unseren zuschauern gesprochen eine geheime nachricht was ist das hier? ein Bombenloch, ein Bombenkrater oder ist das hier? ja du, wenn du sagst links und wir gehen die ganze Zeit rechts ist das für mich ganz klar so, einmal wie so ein Jäger fühlen einmal wie so ein Jäger fühlen fall nicht runter das ist wohl so so richtig toll ist das hier auch nicht so, jetzt aufpassen das ist das hier auch nicht so, jetzt aufpassen so, jetzt aufpassen 8. Verrschst. 11. 14. 15. 14. 16. 16. 17. 17. 23. 23. 24. 25. 25. 25. ich will nicht mehr in die matsche hier ist eine anpflanzung alter ist doch scheiße blöder Mist hätten wir nicht ganz umgehen können ganz rechts rum ja 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 man kann gar nichts gucken hier weil man die ganze zeit auf den scheiß weg konzentrieren muss hier man kann gar nicht in die runde gucken weil man die ganze zeit auf den scheiß weg konzentrieren muss hier ja 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 Hahaha Ja 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 Hey, wir haben den Weg gereicht Haben wir den Weg gereicht So richtig toll sieht der auch nicht aus Ich weiß noch nicht Aber wir müssen ja auch woanders gehen Der geht auch nur bis hier Keine Ahnung Ja, da oben könnte es auch mal sein Wo müssen wir her? Okay Okay Ja Ja, da ist ja auch einer Kaputt gefahren Was sonst Ja 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 Das sind so Steintchen, die du gerade noch so umdrehen kannst. Und daneben war doch auch einer, warum machst du denn hier? Vielleicht wär's der ja gewesen. Achso, auf deinen Instinkt. Okay, gut. Andere Möglichkeit hat man glaube ich auch nicht, ne? Alter. 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 Vielen Dank. Was denn? Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Nur den Hintern? Ja, der 5 oder 6er hört. Das ist eine Rehe, wenn man so gewesen sei. Warte mal. Das war ja nur hinten der... Wie heißt denn das? Warte, warte. Leise Zeit. Vielleicht treffen wir sie gleich nochmal. Mist. Hier waren wir recht schnell. Ja, natürlich klar. Ich bin natürlich sicher, wenn ich mein Handy in der Hand habe. Gute Reflexe, Herr Meier. Ja. Gut beschissen haben die hier. Da hinten sind sie. Da hinten. Alter. Das sind Steinböcke. Steinböcke. Steinböcke, ja. Steinböcke. Ich weiß nicht wie die Witter oder Witter ist das, ne? Hast du denn eben nicht aufgepasst auf dem Schild? Beachfront? Boah. Super. Ich Molt everything. üllm. Und? Hühlig. Vielen Dank. Ja, die Donnerwetter. Donny Bricchetti. Guckt euch das an hier. Ach, mir schwert die schon. Überall haben die hingeschissen. Die ganze Herde. Hier musst du aufpassen. Überall treten wir ihn hier. Was hast du? Okay. Alter, echt, die haben echt überall hingeschiffen, ey. Gibt's gar nicht, dass das so lange, entweder sind das extrem viele Viecher, ja, aber die können doch hier nicht den ganzen Wald vollscheißen, ey, und dass das so lange, ja, aber dass das so lange hier liegen bleibt. Hm, hm, hm. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hm? Was lacht du da? Das war aber echt eine große Herde, ne? Ein Steinbock ist das nicht. Ein Steinbock ist ja auf dem Gebirge. Ja, wir haben die ja gefilmt. Ich hab die gefilmt. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's.